Ah, ohne Bild, dafür hoffentlich mit astreinem Ton. Ja, let's go. Bäm, 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 Solo-Folge vom 24. August, Dienstag, 24. August. Für die, die jetzt auf YouTube sind und mein Standbild sehen, ja, für einmal haben sie nicht wirklich einen Vorteil im Gegensatz zu den Audio-Listeners. Tut mir sehr leid, aber ich war zu faul. Ich habe mir jetzt kurz überlegt, wieso mega, das soll der Klärung bringen, warum jetzt genau nicht. Ich war zu faul, um das Licht zu laden. Ohne Licht macht nicht so Spass. Und was ich auch gemerkt habe, ich bin viel unflexibler, wenn ich denn genau den Podcast aufnehme. Weil jetzt bin ich gerade im Büro und das ist zum Beispiel bildlich nicht sehr ansprechend. Und dann wird es auch ein bisschen schwierig, das dann immer genau schön einzurichten und so. Ja, darum wird vielleicht wieder mal passieren, dass ich ohne Bild mache, dafür kann ich ihn dann auch effektiv noch am Dienstag aufnehmen. Und es tut mir ein bisschen leid für euch, nicht so sehr für mich, weil ausgerechnet heute habe ich es geschafft, den falschen Aufsatz von meinem Rasierer zu nehmen. Ja, der falsche Aufsatz von meinem Rasierer heisst in dem Fall kein Aufsatz. Und dann auch noch die falsche Millimeter-Einstellung. Ich glaube Standard ist 2 Millimeter. Und ich habe es auf 0,8 K, das kürzeste, was es gibt. Eigentlich alles, also das letzte vorglatt rasieren. Ja, das ist so, ich glaube man hört sogar ein bisschen. Ja, nicht sehr geil. Ist mir halt passiert und ich bin jetzt so, ich sehe nicht ganz aus wie ein Babyface, sondern halt so ein Babyface mit ganz feinen Stoppeln. 0,8 Millimeter statt 2 Millimeter. Allein das ist schon mehr als die Hälfte. Jetzt tue ich so, als könnte ich rechnen. Das sind ja schon... Das sind ja schon 8 Zwanzigstel. Vierzehntel. Zwei Fünftel. Oh mein Gott. Und bis das nachgewächst, geht bei mir zum Glück nicht so lange. Das sind mit meinem Haarwuchs und meinem Gesicht etwa 5 Wochen oder so. 5 bis 6 Wochen, dann habe ich wieder so etwas wie das 3-Tage-Badchen, das ich sonst hatte. Aber sie hat mich erinnert. Zum Glück passiert mir das nur noch im Gesicht. Weil... Schlechter Satz zum Anfang. Weil früher ist mir das mal auf dem Kopf passiert. Niemand anders. Nur auf dem Kopf. Und zwar... Ist mir eingefallen. Da bin ich vielleicht irgendwie äh... Keine Ahnung, was ich dort gesehen bin. Äh... Es ist schon Gimmi gewesen. Es war schon Gimmi. Und ich bin... Ich bin ultimativ ein... Äh... David Beckham-Fan gewesen. Sprich vor allem natürlich von seinen Haaren. Das ist aber noch nicht... Noch nicht zu der Zeit, wo er dann effektiv... Ähm... Und was hat er noch alles gemacht? Äh... Äh... So eine Rod Stewart-Frisur. Irgendwenn... Irgendwenn hat er ja... Oh Gott. Irgendwenn hat er Cornrows gemacht. Ähm... Ich glaube nicht, dass man das heute überhaupt noch dürfte. Als Wissen. Aber noch schlimmer. Er hat Nelson Mandela drauf. Ich glaube... Oder du... Oh. Warte jetzt. Äh... 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 Ja. Oh mein Gott. Ist das schrecklich. Doch, es ist Nelson Mandela gewesen. Und er hat Cornrows. Er hat fucking Cornrows. Gut, er hat selber dort mal gesagt, dass er vielleicht nicht... Die beste Frisurenwahl gewesen ist. Auf jeden Fall... Vorher, ganz vorher... Hat er... Ähm... Also vor all diesem Zeugs... Hat er so ganz kurze Haare gehabt. Also wirklich Bürstenschnitt. Und hat sich zwei so dünne Streifen in die Haare... Ine... Rasieren lassen. Low. Obviously. Ja. Weil war... War schon so dumm. Und würde auf die ultimativ bescheuerte Idee kommen... Idee kommen, das selber zu machen. Zum Beispiel ich. Ja. Zum Beispiel ich... Wo... Irgendwie... Ich weiss auch nicht mehr... Ich habe ihn gesehen gehabt. Wetten, dass... Oder irgendeine Scheisse. Dann ist er dort... Und dann hat er zwei so ganz dünne Striche... Hat er in seinem Kurzhohrschnitt. Und die zwei dünnen Striche hat er auch noch in den Augenbrauen drin gehabt. Ja. Und das machst du eigentlich mit so einem Rasiermesserchen. Jetzt könnte man es vielleicht auch mit dem Grätchen machen... wenn man eine ruhige Hand hat und genau sieht, wo man hingeht. Und ich bin selber... Aufsatz... Und habe aber gefunden... Ah, ich mache mir das schnell. Und schau dir weiss, was dann passiert ist. Du fährst mit einem dünnen Strich an. Der sieht super geil aus. Und er ist ganz dünn. Und mit dem hast du vielleicht zwei Zentimeter von deinen Haaren bis jetzt gemacht. In der Länge. Ja. In der Breite ein paar Millimeter. So. Und dann, wenn du langsam hinteren gehst, dann merkst du... Oh, shit. Ah, da bin ich jetzt in der Breite ein paar Millimeter mehr. Ah, das muss ich ausbessern. Dann machst du das wieder vorne. Und dann gehst du wieder ins Hinteren. Und dann gehst du noch ins Hinteren. Und dann merkst du... Oh, ah. Rrrr. Das hat es so gekönt. Rrrr. Ich mache den Podcast mit Soundeffekt. Kein Bild, aber mit Soundeffekt. Und dann bist du ein bisschen weiter hinten. Und es macht Rrrr. Und dann merkst du... Oh, jetzt sind noch ein paar Haare mehr dazugekommen. Ah, das sind jetzt vielleicht schon... Das sind jetzt vielleicht schon... Drei Zentimeter. Wie der Strich da hinten ist. Das muss ich vorne wieder ausbessen. Und das habe ich mit zwei fucking Strichen auf meinem Kopf gemacht. Den Bürstenschnitt habe ich schon gehabt. Ja, aber... Die Striche... Ähm, die dünnen Striche... Die sind dann am Schluss... Was wollen wir sagen? Ah, wenn ich jetzt so schaue... Zwei Finger breit. Ein Strich ist fucking zwei Finger breit gewesen. Und die sind so auf der Seite gesehen. So über den Schläfen... Nach hinteren... Und... Der andere natürlich so... Über den Augenbrauen. Weil dort hat mir quasi die Striche ja wie nachgezogen. So, und dann habe ich gefunden, damit das passt. Hey, beste Idee aller Zeiten. Ich mache das mit den Augenbrauen auch. Und das muss ja auch die gleiche Breite haben. Ohne Scheisse. Ich weiss nicht, was ich mir überlegt habe. Ähm... Ich habe dann ein ganzes Augenbrauen weggekrasiert. Oh, mein Gott. Wirklich. Also vielleicht... Vielleicht habe ich so ganz, ganz links... Ähm... Also links bringt euch jetzt nichts, sondern... Richtige Nasenbrücke. Ja. Dort, wo sie eh so ein bisschen nach oben gehen. Und noch nicht so seitlich sind. Ich glaube, das habe ich gelohnt. Ähm... Das habe ich schon ein bisschen gewusst, aber ich wollte es mir natürlich nicht eingestehen, weil ich meine, ich bin in der Pubertät gewesen, oder? Da... Da... Da sieht man ja nicht, dass man 137 Pickel hat. Man sieht es, man will es aber nicht wahrhaben. Man findet es ja... Ah, es sind ja nur drei, die man wirklich sieht. Oh. Auf jeden Fall, das weiss ich dann noch. Ich habe mich ein bisschen Gangster gefühlt an dem oben, weil... Ah! Jetzt kann ich schauen, wenn du es siehst. Weil, ähm... Eight Mile. Eight Mile mit einem Eminem. Ist dort gerade rausgekommen. Ist wirklich, glaube ich, die erste Woche gewesen, wo der im Kino gelaufen ist. Und ich bin mit ein paar Freunden... Bin ich da... Also, ich sage Freunden. Und... Ähm... Und dann habe ich so gedacht, hey, jetzt bin ich schon ein bisschen Gangster. Jetzt bin ich schon ein bisschen Gangster, weil ich sitze hier bei Eight Mile im Kino mit meinen... Mit meinen geilen Streifen im Haar und so. Ähm... Und was ist das Erscheinungsjahr? 2002. Yeah, okay. Also, ich bin saubere 14er gewesen. Ein 14-jähriger Trottel mit zwei fetten Strichen in seinem Kopf. Und wie schrecklich sie wirklich gesehen sind, habe ich dann gemerkt, als ich am nächsten Gruppen... Sofort... Aufhören reden. Sie sind für etwa fünf Sekunden still, bis ich vorbeigelaufen bin. Und dann macht die ganze Gruppe... BAH! Dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, es ist nicht so cool. Und die Leute fragen mich manchmal... Die Leute fragen mich manchmal, warum ich Komiker geworden bin. Und wenn ich so eine Geschichte erzähle... Ich glaube, dann weiss ich, wieso. Ein Psychologe würde jetzt sagen, sie haben wollen, dass die Menschen nicht über sie lachen, sondern weg ihnen. Ich weiss nicht, warum mein Psychologe wie ein altbasler Radiomoderator klingt, aber so ist es halt, ja. Zweite so rasierte Geschichte, die mir in den Sinn gekommen ist, ist mir wirklich zweimal basiert. Das eine Mal ist eben nicht einmal der Aufsatz weggesehen, beim anderen Mal ist er effektiv... Also, da hast du schon weggesehen, aber bewusst. Ich habe ihn nicht vergessen. Und das andere Mal, dort habe ich ihn einfach vergessen. Dort habe ich mir... Eine Zeit lang habe ich immer mir selber so einen Bürstenschnitt gemacht, ja. Obwohl ich ja so tolle Haare habe. Habe ich damals gefunden, ja, das ist cool. Und dann bin ich vielleicht so... Ich bin, glaube ich, schon nicht mehr in der Schule gewesen. Ich bin schon... Äh... Dropout gewesen. High School Dropout. Ich bin einen Kollegen besucher in Maastricht, der hat schon studiert. Ja, ja, also ich bin vielleicht so 19 gewesen, ja. Das ist, glaube ich, etwas, als ich gesehen bin. Andi Teens. Und habe immer meinen Bürstenschnitt gemacht. Und dort bin ich irgendwann natürlich auch bei der dümmsten Stelle. Nämlich zuvorderst, so ein bisschen über dem Hoor-Ansatz, ja. Dass also, wenn du dort dir so eine schöne Viergine reinrasierst, so ein klassisches Rrrrrr, ja. Zum nochmal den Sound-Effekt zu bringen. Boah, bin ich... bin ich vielseitig. Ähm... Hinten, hinten so, keine Ahnung, beim Hoor-Ansatz oder so wäre ja nicht so ein Problem. Aber dort ist es sehr offensichtlich. Also, was machst du? Ja, okay, scheisse, wir lassen den Aufsatz weg. Wir machen jetzt schnell alle Haare weg. Und das ist dann halt auch... Ich meine, das habe ich jetzt bei mir im Gesicht. Und ich finde es schon zu kurz. Auf dem Kopf, so als Andy Teenager. Du musst eine schwere Krankheit haben oder einen Fussballklub sehr, sehr toll finden. Sonst hast du nicht so eine Frisur. Hey, ich habe sie gehabt. Bin auf Maastricht. Das ist in Holland der Kollege besuchen, der dort studiert hat. Maastricht, ganz eine tolle Studiestadt in Holland. Wirklich, hat mich sehr an Basel erinnert vom Aufbau her. Ja, der Tarif fließt zwischendurch. Es hat einen grossen Teil und es hat einen kleinen Teil. Es hat eine schöne Altstadt. Und es hat crazy Studenten. Und zu dieser Zeit ist ganz in gesehen, es ist natürlich nie out gesehen, aber bei uns ist es dann gerade mega in gesehen, Schnupftabak. Schnupftabak. Ja, wir Städter haben ein bisschen länger gebraucht. Das weiss ich nämlich noch. Weil auf dem Land ist das schon abgegangen, wie blöd. Und wir in der Stadt, wir haben dann so, irgendwann so an die Teens, haben wir dann Schnupftabak richtig toll gefunden. Das hast du dann auch gemerkt, wie immer wie mehr im Ausgang, wenn du in einem Club gesehen bist und irgendwie Schnupftabak auspackt hast, wie mit der Zeit auch immer wie mehr Leute sich drum herum versammelt haben, um dann auch noch einen Schnupf zu nehmen. Mein Gott. Und es ist so gross gewesen. Aber wir haben es so geil gefunden. Wir haben es so geil gefunden. Auch natürlich, weil es noch ein lustiges Sprüchchen gibt. Also, meistens ein lustiges Sprüchchen gibt. Das ist immer so ein bisschen im Ausgang gesehen. Wenn du in einer Versammlung siehst und irgendjemand hat einen Schnupfspruch angefangen, immer wenn es dann irgendwie so weisses Kreuz auf rotem Grund, hast du gewusst, es wird patriotisch, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen zu patriotisch. Also, da hast du dann immer mehr so aufpassen, wie schnell es dann in Rassismus übergeht. Ähm, oder, oder, ich weiss gar nicht mehr. Also, zum Glück weiss ich nicht mehr die Sprüche. Aber, ähm, es ist zum Teil etwas grenzwertig gewesen, ja. Wozu ist deine Frau da, zum dir einen Faller an? Das ist kein wahrer Spruch. Bitte brauchen Sie nicht. Das muss mir besser sein gefallen. Bitte brauchen Sie nicht. Und wenn, dann taggt mich. Äh, nein, aber dort musst du immer ein bisschen aufpassen. Du musst immer ein bisschen aufpassen, wenn auf einmal dann einer kommt und sagt, ein Kopf ist nur hier. Nein, 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 lieber nicht. Alter, lass es lieber. Lass es lieber. Weil, ähm, Also, ich bin natürlich kein, ich bin natürlich kein, ähm, kein Engel gesehen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber, die Rassistischen, die habe ich wirklich nie geil gefunden. Wirklich nicht. Nein. Also, die Menschen nicht und Sprüche nicht. Irgendwie. Irgendwie ist dort, zum Glück bei mir schon sehr früh, die richtige Polig drin gewesen. Ja. Äh, bei den Sexistischen kann ich, kann ich wahrscheinlich nicht ganz, äh, eine weisse Weste haben. Aber das ist ja das Wichtige, dass man als Mensch wächst. Ja. Dass man, dass man, äh, dass man sich weiterentwickelt. Ähm, aber dort habe ich, ein paar habe ich so gefunden, äh, irgendeinmal gesehen mit irgendwie, irgendetwas auf dem Schiff und, äh, ja, ja. Egal. Also, auf jeden Fall haben wir dann so Schnupftabak, ähm, äh, dabei gehabt, sprich ich, also so eine, wie haben die geheißen, Mac Crystal. Hallo. Hallo, Mac Crystal for you. Ähm, so ein, so ein silberiges Büchle, mit halt einfach dem, dem grusigen braunen Pulver drin, wo, wo du dir in die Nase geschnupft hast und am nächsten Tag in der Dusche stundenlang probiert hast, schon wieder rauszukriegen. Ähm, so eins habe ich mitgenommen, so eine Dösle. Und, ähm, ich, ich glaube, erst schon ein bisschen komische Erscheinung gehabt, weil, ich habe so einen langen, wahrscheinlich ein bisschen zu langen Mantel angehabt. Und eben meine, so ziemlich glatze. Und, und wir sind an irgendeiner Party gegangen, irgendeiner Studieparty, sehr lustig gewesen. Und, und ich habe dort mit Schnupftabak, eben dabei gehabt, und dann haben halt ein paar mitgeschnupft. Und danach ist es wirklich so, das ganze Wochenende hast du dann immer wieder gehört, wie so Kai sagt, ah, ah, du bist der Schweizer mit den kurzen Haaren. Und ich so, okay, hallo, ja, also, man muss dazu sagen, es ist zwar in Holland gewesen, aber natürlich nur Deutsche, nur bornierte Deutsche, so mit dem Riesen, mit dem Riesen, mit dem Riesen-Gürtel-Schnalle und dem zurückgeschälten Haar und dem gestreiften Hemmchen. Das ist so, so OC California in Holland. So in dem Stil. Das sind die Döcks. Aber immer sehr lustig, das sind ja oft lustige Menschen. Der eine hat immer so, Lalilu, ne, hallo, Lalilu, Party People in the House, wie geht's euch? So, auf jeden Fall hat es nicht mehr geheißen, ich sei der Schweizer mit den kurzen Haaren und ich dann irgendwann so, warum wissen die alle, dass es mich gibt, so, und dann hat sich herausgestellt, dass nach der Party, sich in der Maastricht, sehr ein kleines Städtchen, umgezählt worden ist, die haben Drogen genommen, am Freitag. Drogen. Die waren alle ganz braun um die Nase. Und der Schweizer, mit den kurzen Haaren, der hat's mitgebracht. Das ist wirklich, das ist ein wahres Zitat. Genau so hat es geheißen. Weil, einer ist großartig gesehen, einer ist wirklich gekommen und der hat gesagt, Alter, Alter, gib mal her, hier, äh, ich weiß nicht, warum er tönt hat, wie der Dieter Bohlen, hey, gib mal her, hier, Alter, gib mal her. Okay, es tönt weder, weder noch wieder die zu bohlen, aber, ähm, in meinem Kopf hat es kurzer tönt, bemerkst. Auf jeden Fall hat er schon so gesagt, Alter, hier gibt's nur Scheiße, hier gibt's nur so für 120 Euro ein Gramm. Und ich sag, du, nimm mal das, das ist geiles Zeugs. Und ich weiß nicht, ob der wirklich gemeint hat, dass es Koks ist, oder ob er uns verarscht hat, aber er hätte dann wirklich so, ganz professionell hätte sich das schnell in die Nase hin gezogen, und er hat gesagt, hu, hu, ist das geiler Scheiß, oh ja, hu. Und er hat ihn so gefragt, wie viel kostet das denn? Und ich so, weiß nicht, was in dem Tösel gesagt, ist 6 Gramm, 3 Franken 20. Der hat es die Welt nicht mehr verstanden. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, eigentlich habe ich das gar nicht alles erzählen, vor allem nicht so im Detail, sondern nur, sorry, dass es kein Bild hat, und schade für euch, weil ich habe mir das Gesicht rasiert. Was ich eigentlich habe erzählen wollen, wir sind zurück aus dem Comedy Camp, darum bin ich jetzt auch im Büro, und sehr, sehr amüsante Sache gewesen, weil wir haben viel Verschiedenes gemacht, wenig, was mit Comedy zu tun hat. Nein, stimmt natürlich nicht. Wir haben vielleicht letztes Jahr mit zwei Wochen und mit ein bisschen mehr Plan, dort habe ich so ein bisschen, nicht den Stundenplan gemacht, aber ich habe immer so Tage zugeteilt, wo dann halt einfach die anderen jemandem zur Verfügung gestanden sind. Das heißt, ich habe dann irgendwie gesagt, keine Ahnung, Dienstag ist Charlie's Tag. So, was Charlie an diesem Tag macht, ist ihm überlassen, aber, wenn er will, wir sind da. Das heisst, wenn er ihn gefragt hat zu einzelnen Jokes, die er irgendwie will austesten oder uns Material vorspielen oder was auch immer. Ich habe meine Tage damals genutzt, um irgendwie so die Impro-Geschichte zu machen, um auch so ein bisschen grundsätzlich Konnotationen mit mir abzufragen, wie werde ich überhaupt wahrgenommen von den anderen als Komiker und so. So Zeugs. Ja, und das Mal haben wir natürlich viel weniger Struktur gehabt, weil ich keine Struktur implementiert habe. Und trotzdem haben wir auch oben das Impro-Zeugs wieder gemacht. Das ist immer lustig. Da schreibt jemand dir eine Set-Liste und du trittst dann auf mit dem Zeugs, was du noch nie gesehen hast. Und was habe ich gemacht? Drei Viertelstunde etwa. Der Frank hat vielleicht auch halbe Stunde, 40 Minuten gemacht. Und meine Drei Viertelstunde kann ich sagen, kommen wir eins zu eins. Eins zu eins so ins nächste Programm. Kann ich euch garantieren. Nein, sondern natürlich sind da Sachen dabei, wo man wahrscheinlich nie im Leben dürfte irgendeine immer zeigen. Aber das ist Teil davon. Das ist auch das Wichtige an der Comedy. Man tut nicht nur Grenzen vom Publikum, sondern auch die eigenen Grenzen ausloten, um zu merken, wo man sich bewegen kann, wo man sich wohlfühlt. Aber ein Ding auf der Set-Liste, also ein Punkt, den ich dann vormachen und vorspielen musste, ist von Charles geschrieben, ein nicht unbekannten Komiker beim Sex. Und ich habe dann tatsächlich etwa 10 Minuten. Nein, vielleicht nicht 10. Aber 5 Minuten habe ich dann das tatsächlich auch ausgespielt, performt, wie man auch immer will. Und das hat die drei dort sehr unterhalten, ist aber logischerweise jetzt nicht etwas, was ich als allererstes beim Solo würde machen. Wenn ich irgendwie in Münchweilen spielen würde, einfach mal rauszukommen und sagen, hey, die kennen sicher da und da, stellt euch da mal beim Sex vor. Vielleicht mache ich es irgendwann. Nein, was wir natürlich auch gemacht haben, wir mussten die Gegend erkunden und geniessen. Der Frank, glaube ich, sicher am meisten vor allem, da ist immer irgendwie spazieren und irgendwie mal dort das Bahn legt und dann mal dort da hin und so. Wir, die anderen, sage ich jetzt mal, haben uns ein bisschen mehr so auf das Restaurant um eine Ecke beschränkt. Wie hat das geheißen? Fidatzerhof. Ganz ein tolles Restaurant. Und einen Tags Amstieg ist Bombe weitergesehen, haben wir gefunden, gehen wir an See. Und zwar heisst er Kaum an See. Es gibt glaube ich Kresta See und Kaum an See. Es sind beides ein bisschen wie so Erotik Spielzeug mit See hinten dran. Oder nicht Spielzeug, sondern eher so es gibt auch Krest, das sind doch Kondome. Da gibt es sicher auch Kauma. Kauma, super Performer. Und was geil ist, ist der Kauma See, also das ist quasi wie ein Bad Ich will es jetzt eh völlig falsch erklären. Es hat ein Restaurant, es ist wie ein Naturbady mit verschiedenen Plätzen, wo man hin kann. Es hat natürlich sonst Essen, es hat Infrastruktur mit Toiletten, Liegestill, wo man mieten kann, Volleyballplatz und so weiter und so fort. Und das Gute kostet ein 19 Franken. Eine Tageskarte. Ja. Für Kinder irgendwie 57, 59, keine Ahnung was es genau ist. 19 Franken gefunden, das ist noch ein stolzer Preis. Und ab den 5 war es aber gratis. Das hat dann Frank und Sven, Charlie ist schon weg, gesehen. Eigentlich auch ich zuerst und gefunden, wir am 5 und dann habe ich gemerkt, es ist so ein schöner Tag und ich komme jetzt eh zu nichts mehr im Haus. Also gehe ich früher und zahle die 19 Franken. Ist mir wurscht. Ich bin jetzt einmal dort, weiss nicht, wenn ich das nächste Mal wieder in Flims bin. So, let's go. Und dann habe ich gemerkt, das ist so klassisch schweizerisch, habe ich gemerkt, wie viele Menschen dort waren. Es hat sogar ein Zeller gehabt. Ich glaube 600 Leute waren dort. Und das ist wirklich ein Traum. Also der Seh, googlet das mal, kaum man sehen, oder die, die es kennen, logischerweise, hat es irgendwie noch pedalomierte Zeugs, es hat so kleine Inseln und so. Also es ist richtig schön instand gehalten. Es hat an dem Tag zum Beispiel es ist teuer. Ich verstand aber, warum es so teuer ist, weil das ist sehr sehr instand gehalten. Also ich weiss nicht, wie es würde aussehen, wenn dort nicht ein Personal schauen würde, dass das immer sauber ist, wenn dort nicht das ganze Drum um würde instand gehalten werden. Weil dann würde es vielleicht so aussehen, wie zum Beispiel in Basel am Rhein, bevor die Putzegippe kommt. Also Menschen sind in dem Punkt eigentlich recht übel drauf. Nicht alle natürlich, nicht Menschen im Allgemeinen, sondern ein Teil von Menschen, der das nutzt und das wirkt als es alle. Und dann habe ich gemerkt, wie der typisch Schweizer ist, ich habe sicher, ich bin einmal alles rumgelaufen. Ich habe geschaut, wie ich bis zum einen Ende komme und dann habe ich geschaut, wenn ich bis zum anderen Ende komme. Und da hat es einen schönen Naturbereich, wo eigentlich niemand ist. Wir einfach mal sitzen, auf den See schauen, oder in den See gehen, usw. Und was ich gemerkt habe, ich habe sicher fünfmal an verschiedenen Orten irgendjemand gehört, der dann so ist kein Wunder für 19 Euro. Ja, logisch, das ist das Minderste, was man erwartet für 19 Euro. Überall sind alle darüber reklamiert, dass es 19 Euro kostet, aber sie sind trotzdem dünner gesehen. Das ist für mich so schweizerisch. Es ist so, es schiesst mich an, ich zahle sie, und dann aber reklamiere ich darüber. Das finde ich so geil. Hey, du musst ja nicht, dann gehst halt nicht an den See, weil anscheinend haben sie die Berechtigung 19 Euro zu verlangen, weil es kommen ja Leute und nicht wenig. Aber dass du dann gehst und reklamierst, hat mich sehr unterhalten. Das als kleine Seiteninfo, eigentlich wollte ich nur sagen, was ich tatsächlich gemacht habe, ich habe an meinem aktuellen Programm ein bisschen rumgeschraubbt und ein bisschen Feintuning gemacht, aufgrund von zwei, drei Erkenntnissen, die ich noch hatte. Und freue mich nach wie vor, diese bald für euch zu präsentieren, diese Erkenntnis. Falls das jetzt ein richtiger Satz war, ich bin schon ein bisschen abgelangt, will ich schnell auf meine Webseite gehen, um euch meine Tourdaten vorzulesen. Das ist nämlich die letzte Amtshandlung von dem heutigen Solo-Podcast. Warum? Weil, die sind auch faul gewesen, keine Mails. Auch da kann man ehrlich sein, ich fache oder was weiss ich, heute keine Mails. Kann ich aber sagen, mein Solo, stand auf, das beste Solo bis jetzt, das sagen alle, inklusive ich, natürlich, spiele ich, ab 7. Oktober wieder, dann in Horgen, dann gehe ich auf Bern, Theater am Käfigturm, so geil, habe noch nie den Solo gespielt, wir 1 bis 23 Oktober in Basel, 28 Oktober im LWB Baden, das geht auch immer ab, wie Sau, 1. November 21, haben wir natürlich auch, also wir haben eigentlich alles durch verschoben, darum sage ich es gar nicht mehr, 1. November 21, Kaufläuten Zürich, Kaufl, so geil, hey, kommen, gehen Sie ins Kaufl, 10. November, Estrich, Winistorf, bin ich auch noch nie gesehen, grossartige Location auf den das ist auch grossartig zum Spielen, freue ich mich riesig, wie Niestorf, 11. November, ein von den Lieblingsstops auf der Tour, Kiff, Aarau, einfach die Aarauer, ja, also grundsätzlich Aarau und Umgebung, Aargauer, dort geht es auch immer brutal ab, bin ich meistens besoffen, schon während der Show, kann ich einfach schon mal so ankündigen, hat man ja schon bei Jungwild und Sechse gesehen, dass die Aargauer saufen können, ja, Hello, und dann im 17. November, Seve, 18. November in Luzern im Parterre, macht auch immer riesig Spass, 4. Dezember, zum ersten Mal, darf ihr im Trottetheater spielen, Neuhausen am Rifall, damit wir auch mal in der Gegend sind, dann, kleine Pause, natürlich Dezemberpause, Ab Januar geht es weiter, Kaufmähl in Solothurn, Weltklasse Location, das schönste Backstage der Schweiz, meiner Meinung nach, vielleicht nicht das schönste, aber das geilste, 13. Januar, dann am 21. Januar, auch zum ersten Mal, wo ich spielen darf, in Kanti Forum in Wohle, 28. Januar, Kantine Bülach, dort habe ich mal einen Tryout gespielt, super gesehen, jetzt zum ersten Mal quasi richtig Solo, 3. Februar, 22, oh mein Gott, meine erste Show mit dann schon 34, ja, im Kugel, St. Gallen, auch immer spassig, 5. Februar, bei mir in der Region, Kino Oris, Liestl, und 10. Februar, Obri Mühle, Döbendorf, ist auch immer super, dann spiele ich zum allerersten Mal im Hotel Wetterhorn, Hasliberg, da freue ich mich auch riesig, 18. Februar, ist das, falls ich es noch nicht gesagt habe, 16. März, Auenpremiere, Kulturzentrum Braui in Hochdorf, und 17. März, Old Capitol, Old Capitol, Old Capitol, Langetal, oder wie sie sagen, Langetou, also, das meine Tourdaten für den Moment, wo wir schon online haben, wo dir Tickets kaufen können, und jetzt gehe ich eigentlich schon meine Schuhe anziehen, weil ich gehe jetzt einkaufen, und ich habe abgemacht, mit meiner besseren, oh shit, Hälfte, und wenn ich zu spurt bin, dann ist es nicht so toll. Das waren meine Tourdaten, das war der heutige Part, schreibt mir doch wieder mal, wäre schön, kleines Mail, Podcast, Podcast, mit C, at joel von mutzenbecher.ch Schreibt mir dort, was ihr auch immer wollt, ja, Bemerkungen, Fragen, ich würde so gerne Fragen für euch beantworten, auch wenn sie sicher nicht hilfreich sind, würde ich sie probieren, lustig zu machen, und, das war's, gesehen, ich bin schon am rumlaufen, das ist eigentlich noch praktisch, ohne Bild, da kann man einfach ein bisschen Sachen packen, noch schnell Schlüssel holen, das war's gleich von mir, macht's gut, bis dann, bye, 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 Peeee. Peeee. Bis zum nächsten Mal.